Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, es wird immer moderner. Es gibt jetzt schon ordentliche Trailer hier bei Bundesbank und Zahlungsverkehr. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter wieder hier im Saal zu sehen, einen vollen Saal zu sehen. Ich bin Philipp Otto, der Moderator des heutigen Tages, stelle mich nachher noch ordentlich vor, freue mich jetzt, lieber Herr Weidmann, auf Ihre Begrüßung zum Zahlungsverkehrssymposium 2017. Bitteschön. Ehrlich gesagt habe ich nach dieser Musik fast schon erwartet, dass wir jetzt einen Trailer von Star Wars sehen. Aber offensichtlich ist der mobile Zahlungsverkehr genauso beeindruckend inzwischen wie Star Wars. Aber es hat ja durchaus auch Parallelen, da komme ich gleich noch in meine Rede drauf zurück. Zunächst mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, herzlich willkommen zum diesjährigen Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung wiederum gefolgt sind, dass unsere Einladung so große Resonanz ausgelöst hat und Sie so zahlreich heute Morgen mit uns diskutieren. Mein Eindruck ist, dass es mit dem Zahlungsverkehr und der Wertpapierentwicklung wenig ähnlich ist wie mit der Stromversorgung. Jeder nutzt sie wie selbstverständlich, aber nur die wenigsten machen sich Gedanken darüber, welche komplexen Systeme im Hintergrund arbeiten, damit diese Schlüsselinfrastrukturen für eine Volkswirtschaft schnell, effizient und jederzeit störungsfrei funktionieren. Das regelmäßig stattfindende Bundesbanksymposium liefert deshalb nicht nur eine Plattform für den Austausch von Experten, sondern es dient eben auch dazu, der Öffentlichkeit die Bedeutung von Zahlungsverkehr und Abwicklung zu verdeutlichen und auch aktuelle Entwicklungstrends aufzuzeigen. Durch den Tag wird Sie Philipp Otto als Moderator führen. Er ist auf vielerlei Art und Weise publizistisch tätig, aber eben auch ein gefragter Experte und Berater in Sachen Digitalisierung. Insofern ist das Symposium für Sie, lieber Otto, ja in doppelter Weise ein Heimspiel, inhaltlich, aber auch, weil Ihre Moderation bei dieser Veranstaltung ja bereits bewährte Praxis ist. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung hat in den letzten Jahren auch für den Zahlungsverkehr und die Wertpapierabwicklung enorm zugenommen. Ein Blick auf die Themen der heutigen Vorträge zeigt, kaum eines ihrer Arbeitsgebiete kann sich den Fliehkräften der sich rasant entwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologien entziehen. Sie zerren an den existierenden Systemen und die Betreiber und damit meine ich auch, die Zentralbanken müssen ihre Systeme immer wieder auf den Prüfstand stellen und fortentwickeln. Bleibt alles anders, das ist der Titel eines fast 20 Jahre alten Albums von Herbert Grönemeyer, beschreibt aber auch ganz treffend Ihr Arbeitsgebiet, wenngleich ich mal unterstelle, dass Herbert Grönemeyer damals nicht an Sie gedacht hat. Einen Quantensprung der Veränderung, einen sehr gelungenen Systemwechsel, um es etwas vorsichtiger auszudrücken, hat es in Deutschland auch erst jüngst gegeben. Mit Abschluss des Geschäftstages, 6. Februar 2017, ist der deutsche Markt mit seinem Zentralverwahrer ClayStream Banking AG planmäßig auf die Eurosystem-Plattform Target to Securities migriert. Seitdem laufen rund 90 Prozent der für T2S erwarteten Wertpapierabwicklung über diese Plattform. Auch die deutschen Marktteilnehmer können nun also von den Möglichkeiten zur Optimierung ihres Liquiditäts- und Sicherheitenmanagements profitieren. Neben den Erleichterungen durch Standardisierung und Harmonisierung im Rahmen der Abwicklungen versteht sich, Liquidität und Sicherheiten können nun gepult. Liquiditätspuffer und Sicherheitenpuffer können abgebaut werden. Die ersten Erfahrungen mit T2S stehen heute Nachmittag für Sie auf dem Programm. Weitere Vorteile könnten auch dann entstehen, wenn mit Target 2 und T2S zwei der weltweit bedeutendsten Marktinfrastrukturen im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung konsolidiert und auf eine moderne Technik gehoben würden. Dann könnten die Nutzer nicht nur die Liquiditätssteuerung weiter optimieren, sondern es könnte auch ein einheitlicher Zugang der Kunden zu allen Marktinfrastrukturen des Eurosystems geschaffen werden. Daneben im Übrigen wäre die Öffnung der Systeme für weitere Netzwerkanbieter möglich. Das würde den Wettbewerb fördern und die Effizienz zusätzlich erhöhen. Noch ist freilich nichts beschlossen. Über die mögliche Weiterentwicklung der Marktinfrastrukturen des Eurosystems wird der EZB-Rat im Dezember dieses Jahres entscheiden. Aber ich bin mir sicher, dass Yves Mersch in seinem Thema, in seinem Vortrag auf dieses Thema auch noch eingehen wird. Neben den Kostengesichtspunkten, die ich gerade angesprochen habe, darf aber ein zweiter Mehrwert der integrierten europäischen Wertpapierentwicklung meines Erachtens nicht übersehen werden, nämlich ihr positiver Beitrag auf dem Weg hin zu einer europäischen Kapitalmarktunion. Europäische Unternehmen finanzieren sich zum Großteil über das Bankdarlehen. Gemessen am BIP liegt der Anteil der Bankfinanzierung in Europa etwa viermal höher als in den Vereinigten Staaten. Natürlich spiegelt die Struktur des Finanzsystems auch die Unternehmensstruktur einer Volkswirtschaft wieder. Und in einer Volkswirtschaft wie der europäischen mit einem vergleichsweise hohen Anteil an kleinen Unternehmen wird auch in Zukunft der Bankkredit dominieren. Eine Verbesserung und Harmonisierung der Kapitalmarktregulierung etwa auf dem Gebiet des Insolvenzrechts könnte aber dennoch dazu beitragen, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen das Angebot an alternativen Finanzinstrumenten zu vergrößern. Denn die Bereitschaft der Anleger grenzüberschreitend Risikokapital zur Verfügung zu stellen, dürfte bei einheitlichen Kapitalmarktregeln natürlich zunehmen. Große Unternehmen können ja ohnehin bereits heute die globalen Kapitalmärkte nutzen. Die Kapitalmarktunion stärkte zudem die grenzüberschreitende Risikoteilung, weil dann ökonomische Schocks auf mehr Schultern in Europa verteilt würden. Und sie sorgt damit tendenziell auch für eine Angleichung der Konjunkturverläufe. Und das macht uns als europäische Geldpolitiker natürlich das Leben etwas einfacher. Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die private Risikoteilung über integrierte Kapitalmärkte wesentlich besser geeignet ist, ökonomische Schocks aufzufangen, als die öffentliche Risikoteilung, die ja die politischen Diskussionen dominiert. Die integrierten Eigenkapitalmärkte in den USA beispielsweise fangen etwa 40 Prozent der gesamten konjunkturellen Schwankungen zwischen den Bundesstaaten ab, wird also eine Branche oder eine bestimmte Region von einem negativen Schock getroffen, so verteilen sich die Verluste über alle betroffenen Regionen hinweg. Und umgekehrt gilt es natürlich auch, alle Regionen profitieren von positiven Entwicklungen stärker in der Breite. Meine Damen und Herren, es ist unstrittig, dass Innovationen ein wichtiger Treiber für Wachstum und Wohlstand sind. Das gilt in der Realwirtschaft, aber natürlich auch in der Finanzwirtschaft. Innovationen werden im Finanzsektor derzeit insbesondere mit den sogenannten Fintechs in Verbindung gebracht. Fintechs gestalten beispielsweise die Schnittstelle zum Privatkunden neu und bieten alternative Zahlungswege zu den bekannten Zahlungsverfahren an. So werden aktuell verschiedenste Verfahren, etwa für Zahlungen mit dem Smartphone im Handel oder zwischen Privatpersonen, Stichwort P2P, erprobt. Fintechs erhöhen damit auch den Anpassungsdruck, dem die Banken in einem ohnehin nicht ganz einfachen Umfeld ausgesetzt sind. Zwar nutzen Banken verstärkt die Innovationskraft von Fintechs, um ihre Kosten zu senken, gleichzeitig wird aber mit den neuen Zahlungsverfahren die Bankkundenbeziehung unter Umständen lockerer. Im Extremfall nimmt der Kunde seine Bankbeziehungen sogar nur noch über eine einzige Schnittstelle wahr. Die Banken werden für die Kunden damit stärker austauschbar, der Wettbewerb zwischen den Instituten steigt und gleichzeitig damit die Möglichkeit, etwa über höhere Gebühren die Ertragslage zu verbessern, die nimmt natürlich ab. Nun ist es aber natürlich, das Angebot neuer Zahlungswege alleine ist noch kein Garant für einen Markterfolg. Um es in der präzisen Sprache der Fußballer auf den Punkt zu bringen, entscheidend ist auf dem Platz. Das wusste schon Alttrainer Adi Preißler und auf dem Platz steht bei uns der Kunde und der wird vom Mehrwert einer Innovation nur dann überzeugt sein, wenn die Zahlung eben schneller, bequemer, günstiger und sicherer ist. Nur wenn eine Innovation hier punkten kann, wird sie sich durchsetzen und eine kritische Masse an Zahlungen erreichen. Und genau darum geht es ja im Netzwerkgeschäft Zahlungsverkehr, denn beim Zahlungsverkehr hängt der Vorteil für jeden einzelnen Kunden letztlich auch davon ab, wie viele andere Kunden diesen Zahlungsweg ebenfalls nutzen. Und auch deshalb arbeiten Fintechs inzwischen zunehmend mit etablierten Instituten zusammen und solche Kooperationen können auch für beide Seiten nützlich sein. Fintechs erreichen über den Bankpartner eine große Anzahl potenzieller Kunden. Banken wiederum können so ohne lange Entwicklungszeiten innovative Leistungen anbieten. Letztlich entscheiden aber die Nutzer über Richtung und Ausmaß der Veränderungen. Und das ist unseres Erachtens auch richtig so. Und deshalb vertritt die Bundesbank hier eine Position der Marktneutralität. Und das geht natürlich erst recht für die Entscheidung, ob der Bürger lieber elektronisch oder lieber bar bezahlt. Denn wie Sie wissen, ist das Bargeld noch immer das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen an der Ladenkasse. Das beliebteste. Zwar nimmt der Anteil elektronischer Zahlungsverfahren hierzulande zu, dieser Wandel vollzieht sich aber eher gemächlich. Mit Blick auf die Finanzstabilität tragen Fintechs einerseits zur Heterogenität des Finanzsektors bei, was dessen Widerstandsfähigkeit stärken könnte. Andererseits könnten sie aber auch Anreizstrukturen verändern und Ansteckungsrisiken schaffen. Zum Beispiel, wenn eine verstärkte Vernetzung der einzelnen Partner untereinander zu einem Bedeutungsverlust zentraler Gegenparteien führt. Und deren Rolle wurde aber ja gerade als eine wichtige Lehre aus der Finanzkrise erst vor kurzem gestärkt. Meine Damen und Herren, der Fintech-Sektor entwickelt sich äußerst dynamisch. Innovationen entstehen, manche Geschäftsmodelle erobern den Markt, andere scheitern. Um die von Fintechs ausgehenden Risiken für die Finanzstabilität konkret abschätzen zu können, benötigen wir ein genaues Bild über Art und Umfang der Aktivitäten dieser Unternehmen. Die G20-Staaten, Deutschland hat ja dieses Jahr die G20-Präsidentschaft, haben deshalb alle Länder dazu aufgefordert, die digitalen Finanzentwicklungen in ihren Ländern sehr sorgfältig zu beobachten und dabei insbesondere grenzüberschreitende Aspekte zu berücksichtigen. Und das soll auch in Zusammenarbeit mit dem Finanzstabilitätsrat, dem FSB und anderen internationalen Organisationen geschehen. Darüber hinaus unterstützen die G20-Länder die Arbeiten des FSB, der zentrale regulatorische Aspekte für Fintechs identifizieren soll. Bei solchen Überlegungen muss freilich das Gleiche gelten wie bei jeder anderen Regulierung auch. Es braucht einen geeigneten Kompromiss zwischen einem vernünftigen regulatorischen Rahmen der Sicherheit und Stabilität bietet und dem notwendigen Freiraum der Wettbewerb durch das Entstehen neuer Geschäftsmodelle ermöglicht. Unter den technologiegetriebenen Entwicklungen im Zahlungsverkehr ist es insbesondere das Instant Payment, das hier zu lange und im Euroraum die Geschäftsbanken zunehmend beschäftigt. Herzlichen Dank. In nicht wenigen Ländern rund um den Globus gibt es solche Systeme bereits, mit denen bargeldlose Zahlungen in Echtzeit abgewickelt werden können, an 365 Tagen im Jahr, an 24 Stunden am Tag, an der Ladenkasse, direkt bei Lieferung oder eben direkt bei der Bestellung. In Europa gehört Dänemark zu den Vorreitern. Dort kann inzwischen auch auf dem Wochenmarkt mobil und in Echtzeit bezahlt werden. Auf neun von zehn Smartphones ist in Dänemark bereits eine Instant Payment App installiert. Denn Zahlungen in Echtzeit bieten alle Vorteile eines Zug-um-Zug-Geschäfts. Nicht umsonst werden noch immer rund 80% aller Transaktionen an der Ladenkasse mit Bargeld abgewickelt, das ja genau diese Eigenschaft auszeichnet. Mit Instant Payment nähern sich also zumindest diesbezüglich elektronische Zahlungen den Bargeldzahlungen an. Außerdem dürfte diese bargeldlose Zahlungsform von vielen als die komfortable und effiziente Bezahlmethode wahrgenommen werden, entspricht sie doch am ehesten den heute üblichen digitalen Kommunikationskanälen. Darüber hinaus lassen sich mit Instant Payment auch Zahlungen zwischen Privatpersonen beschleunigen und vereinfachen, zum Beispiel wenn eine Restaurantrechnung unmittelbar geteilt werden soll oder wenn Eltern den akuten Hilferuf eines auswärtsstudierenden Kindes mit einer Überweisung innerhalb von Sekunden beantworten können, ob sie das ihren Kindern vielleicht vorher besser nicht sagen, steht auf dem anderen Blatt. Unter Anreizaspekten würde ich mir das zumindest überlegen. Besonderes Engagement bei der Einführung von Instant Payment zeigt aber vor allem der Handel. Er verspricht sich geringere Kosten im Vergleich mit einer heutigen Kartenzahlung und der Onlinehandel rechnet mit einer geringeren Anzahl an abgebrochenen Einkäufen. Darüber hinaus kann der Handel bei Zahlungen in Echtzeit natürlich unmittelbar über den Verkaufserlös verfügen und mit dem Arbeiten dagegen benötigen bargeldlose Zahlungen heutzutage in der Regel eben einen Tag, bis der Betrag auf dem Konto des Empfängers eingeht. Sie werden sich erinnern, noch vor wenigen Jahren brauchte der Geldeingang teilweise bis zu fünf Tagen. Eines ist allerdings klar, Zahlungen in Echtzeit erfordern eine moderne, leistungsfähige IT-Infrastruktur bei allen am Zahlungsverkehr Beteiligten. So würden Zahlungen eben nicht wie bisher in großen Paketen von Zahlungsnachrichten zu vereinbarten Zeitpunkten verarbeitet, sondern einzeln und fortlaufend, zeitlich extrem eng getaktet und das stellt ganz neue Anforderungen an die IT-Landschaft. Allerdings haben sich viele Banken die Modernisierung ihrer IT-Systeme ohnehin bereits auf die Fahnen geschrieben und grundsätzlich zeichnet sich meines Erachtens auch deshalb im Banken- und Sparkassensektor daher inzwischen eine recht positive Haltung zu Instant Payments ab. Sollen Zahlungen in Echtzeit im Euroraum auch grenzüberschreitend möglich werden, bergen nationale Lösungen natürlich den Nachteil, dass sie miteinander verzahnt werden müssen. Und das kann unter Umständen sehr aufwendig werden, wenn die nationalen Systeme sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Die Vergangenheit hat außerdem gezeigt, dass die Kooperation zwischen privaten Zahlungsverkehrsanbietern eher schwierig ist. Bei Zahlungen in Echtzeit müssten die Systeme aber eben besonders gut aufeinander abgestimmt sein, damit die Weiterleitung von Zahlungen über mehrere Clearinghäuser wirklich auch sekundenschnell funktioniert. Und deshalb fordern manche eine starke Rolle des Eurosystems bei der Einführung von Instant Payment. Auf der anderen Seite schwächt eine zentralisierte Lösung für den Euroraum möglicherweise die Innovationskraft privater Zahlungsverkehrsanbieter, denn es unterbindet ja auch faktisch den Wettbewerb zwischen ihnen. Letztlich gilt also auch für Zahlungsverkehrssysteme, dass es in unserer Marktwirtschaft immer einer besonderen Begründung bedarf, wenn eine Funktion, die im Prinzip auch privat angeboten werden kann, durch den Staat bzw. das Notenbanksystem bereitgestellt werden soll. Mit diesem Thema wird sich der EZB-Rat im Juni befassen und ich denke mal hierauf und auf den aktuellen Stand der Arbeiten im Eurosystem wird sicherlich Yves Mersch in seinem Vortrag ebenfalls eingehen. Meine Damen und Herren, Zahlungen auf Basis der Blockchain bzw. Distributed Ledger-Technologie sind immer noch ein Nischenprodukt. Sie sind von der Massenanwendung noch weit entfernt. Das liegt sicherlich auch daran, dass solche Transaktionen vergleichsweise langsam sind. Für Zahlungen an der Ladenkasse zumindest scheinen mir Blockchain-basierte Währungen deshalb zumindest noch nicht besonders geeignet zu sein. Das schließt natürlich nicht aus, dass diese Technologie an anderer Stelle im Finanzsektor eingesetzt werden könnte. Im Gegenteil, es sind grundsätzlich zahlreiche Anwendungen auf den Gebieten Wertpapierabwicklung, Handelsfinanzierung, Stammdatenverwaltung oder Revision und Aufsicht vorstellbar. Denn in der Blockchain-Technologie werden die Daten bekanntlich über alle Transaktionen in einem dezentralen digitalen Register gespeichert. Das heißt bei allen oder eben vielen Teilnehmern, die sich gegenseitig kontrollieren. Und damit gibt es in diesen Systemen auch keinen sogenannten Single Point of Failure, was dieses System grundsätzlich eben besonders widerstandsfähig gegenüber Datenverlust macht. Diese Widerstandsfähigkeit geht aber eben zu Lasten der Geschwindigkeit. Und deswegen werden die Blockchain-Technologien heute vor allem dort Vorteile zugeschrieben, wo Akteure in komplexen Transaktionsketten zusammenwirken. So gibt es gerade in der Wertpapierabwicklung heute noch einen relativ hohen manuellen Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Transaktionspartnern. Und deshalb werden die Wertpapierentwicklung und die damit verbundenen nachgelagerten Aktivitäten der zahlreichen beteiligten Akteure häufig auch als vielversprechendes Anwendungsfeld für die Blockchain-Technologie nannt. Und dies hat sich auch die Bundesbank und gemeinsam mit der deutschen Börse ausgesucht, um zusammen einen funktionsfähigen Blockchain-Prototyp zu entwickeln. Mit ihm sollen Wertpapierkäufe und Zahlungen gleichzeitig abgewickelt werden können, sowie die weiteren in der Wertpapierabwicklung anfallenden Transaktionen. Wir wollen damit testen, ob unter Berücksichtigung der geltenden Regulierung im Finanzsektor eine Blockchain-basierte Wertpapierabwicklung möglich und ob sie effizient und sicher ist. Hierbei experimentieren wir vor allem mit einem Erkenntnisinteresse. Schließlich können wir als Aufseher und Betreiber von Marktinfrastrukturen nur dann unserer Verantwortung gerecht werden und einen reibungslosen Zahlungsverkehr und Sicherheit in der Abwicklung gewährleisten, wenn wir bei technologischen Entwicklungen auch auf dem neuesten Stand sind. So sind wir als Zentralbank im Rahmen eines solchen Projekts auch in der Lage, Blockchain-basierte Anwendungen auf ihre technische Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit hin zu analysieren und sie eben mit der gegenwärtigen Abwicklungsinfrastruktur zu vergleichen. Denn eins steht außer Frage, die Blockchain-Technologie wird nur dann auf breiter Basis genutzt werden, wenn sie mindestens so sicher, mindestens so effizient und mindestens so kostengünstig und schnell wie die konventionelle Technologie ist. Und hier hängt die Latte eben auch sehr hoch. Die existierenden großen Finanzmarktinfrastrukturen, zum Beispiel Target 2 und T2S, sind schließlich ausgesprochen effizient und stabil. Ich persönlich wage derzeit keine Vorhersage, ob sich die Blockchain-Technologie am Ende durchsetzen wird oder nicht. Denn wir alle wissen, dass gerade die Geschichte der Informationstechnologie eine Geschichte misslungener Vorhersagen ist. Nicht, dass es mir am Ende ergeht wie Ken Olson, das ist der Mitbegründer der Digital Equipment Corporation, der 1977 vorhergesagt hat, dass er keinen Grund dafür sehe, warum jemand einen eigenen Computer zu Hause haben wollte. Meine Damen und Herren, durch die Digitalisierung wird die Widerstandsfähigkeit der Finanzmarktinfrastruktur gegenüber Cyberrisiken immer wichtiger. Mit gutem Grund steht heute auch ein Vortrag zur Cyberkriminalität auf Ihrem Programm. Laut dem Verfassungsschutz verursachen Cyberattacken Schäden in Höhe von ca. 50 Milliarden Euro jährlich für die deutsche Wirtschaft. Weltweit sollen sie bei 400 Milliarden Euro liegen. Das Risiko von Cyberattacken gilt auch für die Infrastrukturen und Anwendungen der europäischen Zentralbanken. Mittlerweile ist nicht mehr die Frage, ob eine Infrastruktur oder eine Institution Ziel eines Angriffs sein wird, sondern nur noch wann und wie oft. Zum Beispiel wurde die Bundesbank auch im vergangenen Jahr vereinzelt mit sogenannten Distributed Denial of Service Attacken angegriffen, bei denen ein über das Internet erreichbare Dienst mit gleichzeitigen Anfragen in großer Zahl in die Knie gezungen und das System dadurch zum Ausfall gebracht werden sollte. Weitere Angriffe erfolgten mit dem Erpressungstrojaner Locki, der sich im Februar letzten Jahres insbesondere in Deutschland über E-Mails mit über 5000 Neuinfektionen pro Stunde rasend schnell verbreitet hat. Mit ihren Schutzmechanismen hat die Bundesbank die gegen sie gerichteten Angriffe bis heute erfolgreich abgewehrt. Im vergangenen Jahr fingen wir zum Beispiel rund 10.000 verseuchte E-Mails ab. Darüber hinaus wurden im zurückliegenden Jahr mehrere hunderttausend nicht legitimierte Zugriffsversuche auf die Bundesbankinfrastruktur unterbunden und abgewehrt. Angesichts dieser Gefährdungslage eben insbesondere auch in der Finanzbranche sind die laufende Optimierung von zentralen und dezentralen Schutzmechanismen und auch die Verankerung einer Cyber-Sicherheitskultur von ganz elementarer Bedeutung. Banken, aber auch Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwickler müssen ihre IT- und Cyberrisiken mindestens mit der gleichen Sorgfalt steuern wie ihre traditionellen Bankrisiken. Und es gibt ja einen ganz wichtigen Unterschied zwischen beiden. Während Banken den Kreditausfall eines durchschnittlichen Kreditnehmers üblicherweise wegstecken können, kann schon eine einzige erfolgreiche Cyberattacke die Aktivitäten einer Bank stilllegen und der Reputationsverlust wäre sicherlich ebenfalls immens. Die Bankenaufsicht muss deshalb die potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Cyberkriminalität noch stärker als bisher in den Blick nehmen. Und die Notenbanken stehen für sich selbst in der besonderen Verantwortung, sich gegen Cyberrisiken zu schützen und damit auch das Vertrauen in das Finanzsystem zu sichern. Und deshalb arbeiten wir international eng abgestimmt daran, Cyberrisiken für uns selbst und für die Finanzmarktinfrastrukturen zu reduzieren. Und dabei ist entscheidend, dass nicht nur die IT ihren Beitrag leistet, sondern die fachlich Verantwortlichen, jeder einzelne Nutzer, der ja oft die Schwachstelle für die Angriffe ist und die Aufsicht gleichermaßen in der Pflicht stehen. Und hierauf baut zumindest die Cyberresilience-Strategie des Eurosystems auf. Die weltweiten Ransomware-Angriffe vom vergangenen Wochenende haben die Verwundbarkeit der digitalen Infrastrukturen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Bundesregierung und Bundesbank haben die Cyber-Sicherheit zu einem Schwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft gemacht. Und deshalb haben wir auch am letzten Wochenende beim G7-Treffen der Finanzminister und Notenbank-Gouverneure in Bari intensiv über das Thema Cyber-Sicherheit gesprochen. Wir haben dabei nicht nur das Mandat der vor zwei Jahren unter deutscher G7-Präsidentschaft ins Leben gerufenen Cyber-Expert-Group verlängert, sondern auch ihr Mandat ausgeweitet. Die Gruppe soll nun bis Oktober nächsten Jahres Eckpunkte für eine effektive Beurteilung der Cyber-Sicherheit vorlegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Schließlich möchte ich nicht riskieren, dass Sie sich heute eines der Beaumonts zu eigen machen, mit denen Prinz Philipp oft das Herz auf seinen Lippen trug. Er sagte nämlich einmal, ich zitiere, Öffnungs- und Schlusszeremonien sollten verboten werden, sie sind eine verdammte Plage. Das Thema, die Themen, mit denen Sie sich heute auseinandersetzen, aber er war ja sehr offen, vielleicht auch deshalb verzichtet er inzwischen auf Auftritte. Die Themen, mit denen Sie sich heute auseinandersetzen, sind vielfältig. Sie stehen für wichtige Herausforderungen in unserem Währungsraum. Mein Anliegen war es, grob zu skizzieren und in einen Gesamtrahmen einzuordnen. Nun liegt es an Ihnen, jeweils in die Tiefe einzusteigen. Ich wünsche Ihnen angeregte Diskussionen und mache jetzt den Weg frei für Herrn Otto. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Weidmann, vielen Dank. Das war in der Tat eine Tour der Horizont, ein schöner Umriss. Wir werden vieles davon hoffentlich im Laufe des Tages sehr viel intensiver noch diskutieren. Wenn ich Sie habe, das wissen Sie, kann ich Sie nicht ohne ein, zwei schnelle Fragen gehen lassen. Ich habe neulich von Ihnen gelesen, ich glaube letzte Woche war es, da sagten Sie in einem Interview, geldpolitische Wende rückt näher. Was genau meinen Sie damit? Weil das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig. Geht es da um Zinsen? Geht es um die Ankaufprogramme? Meinten Sie Europa? Also eigentlich ist der Satz doch relativ klar. Es geht dort um die Geldpolitik. Die Geldpolitik besteht derzeit aus verschiedenen Instrumenten, die wir einsetzen, konventionellen und unkonventionellen. Und es geht darum, dass wenn sich die wirtschaftliche Lage und damit auch der Preisausblick festigt und wir einen nachhaltigen Anstieg in Richtung unseres Ziels, der Definition von knapp unter zwei Prozent, also der Definition von Preisstabilität von knapp unter zwei Prozent sehen, dass wir dann auch die geldpolitische Normalisierung in den Blick nehmen. Das war die Aussage. Ich habe es jetzt ein bisschen komplizierter gemacht. Ich wollte gerade sagen, meine Damen und Herren, ich habe es nicht verstanden. Na doch, ich glaube, die Gäste haben es alle verstanden. Zweite schnelle Frage. Viele Veränderungen in der politischen Landschaft. Neue Präsidenten, neue Menschen, andere Menschen, etwas unkalkulierbaren Kollegen in Übersee. Was heißt das für das weltweite Währungsgefüge? Was heißt das für sozusagen das Zusammenspiel von Währungsräumen, von Geldpolitik? Macht das das einfacher? Macht das das schwieriger? Sind Dinge jetzt einfacher durchzusetzen als früher? Ja, ich habe ja das Privileg oder das Glück, dass meine Kollegin immer noch die gleiche ist. Janet Yellen ist ja immer noch Chairman der FED und mit der arbeite ich auch gut zusammen. Aber jetzt mal im Ernst, was Sie ansprechen, ist sicherlich eines der großen konjunkturellen Risiken, das unsere Prognosen umgibt, nämlich die politischen Risiken, die derzeit besonders ausgeprägt sind. Die nehmen zu, ne? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, wir haben immer die Tendenz zu meinen, dass alles schlechter wird. Früher war alles besser, ja. Früher war alles besser, da waren wir auch jünger und fitter, aber wenn man mal genau hinschaut, dann kann man zumindest in Bezug auf den Euroraum sagen, dass die politischen Risiken auch durch den Wahlausgang in Frankreich tendenziell eher abgenommen haben, da haben sich neue politische Risiken vielleicht ergeben. Aber mein Anliegen in der Diskussion ist immer darauf hinzuweisen, dass politische Risiken nicht unbedingt immer sofort einen konjunkturdämpfenden Effekt haben müssen. Wir sehen, die politischen Risiken sind sehr ausgeprägt, gleichzeitig ist die ökonomische Unsicherheit aber derzeit sehr niedrig und beispielsweise auch die Volatilität an den Finanzmärkten sehr niedrig. Und das heißt, wir sehen im Moment nicht, dass sich diese politische Unsicherheit zu einer Belastung für die Wirtschaftsentwicklung ausweitet. Aber das kann natürlich noch werden. Insofern ist ein Rückgang dieser politischen Risiken, wie wir sie im Euroraum derzeit sehen, durchaus eine gute Nachricht, weil die Wahrscheinlichkeit von Ansteckungseffekten, von Spillover-Effekten geringer geworden ist. Und dann können wir bald die Zinsen senken. Wollen Sie noch weiter? Na, alles gut. Wenn Sie schon mal Vorzeigungsfährigkeiten haben, dann... Ich bedanke mich herzlich. Tschüss. Herr Weidmann, viel Glück. Vielen Dank.